Hi, hier ist Christian. Hi, hier ist Alina. Ich habe lange keine Videos mehr gemacht, ja. Aber dafür machen wir heute ein super internationaler Special. Also davon da springe ich. Alina zeigt uns mal. Hier wird er draufstehen und hier wird er drauf springen. Es ist halt sehr hoher Tor. Ja, also wir machen halt dann Pause zwischendurch, weil das so lange dauert mit den ganzen Aufbauen da. So, ja. Bei den Proben ist mal nichts passiert, aber er hat trotzdem eingebrochenen Arm, der Christian. Ja, stimmt. Hier eingebrochenen Arm und... Ich habe drei verstaubte Finger. Welche sind's? Die, der, der. Ah, okay. Das ist natürlich Arm. So, und dann werde ich auch noch springen. Ja. Dafür machen wir jetzt ein bisschen. Wir werden jetzt auch wieder... Ich kann einfach noch machen mit zehn Arten. Von zwei von euch, glaube ich. Na, ihr werdet zehn. Und drei gut, wir jetzt zehn? Ja. Drei! Drei! Zwei! Eins! Okay. Und das war jetzt Nummer eins. Und jetzt bauen wir das halt auf. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Hi, hier bin ich wieder. Christian ist auch schon am Start. Wir haben den Turm wieder aufgebaut. Und ich mache jetzt ein... Ach, ich glaube. Vorher, das war ein... Was? Ach so, ein Bauchklatscher. Ja, also was ihr vorher gesehen habt. Okay, dann... Dann... Nein, diesmal ist es ein internationaler Sprung rückwärts. Okay. Also es könnte was passieren, also macht euch gefasst. Und los. Drei, drei, zwei, eins. So viel, wie ich gesehen habe, war das eher was mit dem Arsch und mit dem unteren Rücken. Okay, warte. Okay, warte. Wir können nochmal schnell aufbauen, wir können nochmal nächstes Mal. So, 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 so. So, so, so. Das ist jetzt falsch, also der ist nicht so gerade schön. So, pass auf. Und jetzt brauche ich einen... Ultimativen Sprung. Ein Spagatsprung. Okay, 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 okay. Es regnet, es regnet. Die Karte fassen uns. So. So, war es das? Ja, das war es, würde ich mal sagen. Mann, schade, die Fans jubeln nicht. Okay. Was soll's? Okay, ciao, wir sehen uns im nächsten Video. Punkt 10 hat es, aber wir sagen es euch doch nicht. Oh, hier ist natürlich eine Unordnung, tut mir sehr leid, aber so sind wir heute. Ja. Spaß und tschüss. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Ciao.